Was ist das für ein 2G-Pack-Trager? Dass es ein 2G-Pack-Trager hat? Ja, eigentlich alles, weil man mit dem Velo einfach überall schnell herkommt. Es ist jetzt nicht gerade das modernste Velo, aber das braucht man ja nicht. Man muss einfach überall herkommen. Ich liebe, dass es mich alltäglich begleitet. Ich bin unabhängig, spontan irgendwann herfahren. Und ich finde, es sieht auch noch super toll aus in der Fahrt. Noch nie. Ja, vor zwei Jahren. Länger her. Aber ich habe es auch noch nicht so lange. Darum finde ich mich noch nicht schlecht dabei. Ich habe es noch nie geputzt. Ich habe es seit etwa 1,5 Jahren. Und seitdem habe ich es noch nie geputzt. Im Sommer wahrscheinlich. Ich habe ja mal gedacht, ich könnte mal einen Stegen runterfahren. Und dann bin ich halt Stegen runtergefallen. Ich bin mal als kleiner Junge irgendwie aus unersichtlichen Gründen in ein Auto hineingefahren, das gestanden ist. Ja, letztens gerade, als so viel Schnee hatte, bin ich auf der Sinti am Morgen gearbeitet. Und dann schön stecken bleibe jetzt mit der Kreuzung. Und bin halt dann gemütlich über die Kreuzung weitergetroffen. Bis zum nächsten Mal. Hier. Bis zum nächsten Mal.